Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt auch in Deutschland weiter an. Inzwischen sind es 32 Menschen in mehreren Bundesländern, die bestätigt sind. Die Krise ist großartig, wir fühlen uns beschäftigt, aber vielleicht brauchen wir unsere Necesität von Gott. Wir haben die Hände gegen den Vater, der Jesus Christus, der Gott, der alle Familie in der Erde und in der Erde. Gott formte einen Mann und eine Frau. Er hat sich die Familie und die Familie entwickelt. Das ist der Ziel. Das ist der Zeit für deine Familie. Du bist bereit? Untertitelung des ZDF, 2020